Mein Name ist Knut Fleckenstein. Ich bin der Vorsitzende des ASB, des Arbeiter-Samariter-Bundes in Deutschland. Einer Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation mit 1,5 Millionen Mitgliedern, mit über 50.000 Hauptamtlichen und weit über 20.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir arbeiten in den Bereichen Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, der Pflege, der Ambulanten und Stationären und auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Einer unserer Hauptaktivitäten in der letzten Zeit ist die Hilfe im westlichen Balkan, eine soziale Struktur aufzubauen und natürlich in der Ukraine, wo wir mit unseren Freunden von Samariter International viele Hilfsprojekte durchgeführt haben und auch in Zukunft, solange es notwendig ist, durchführen werden.